Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu Fahrer 2.4. Ich bin ein Affiobo und wir machen uns jetzt auf und holen uns hier die hastlichen Außenposten, äh, außenposten, nicht die hastlichen Glockentürme, würde ich mal gebrauchten. Ein Gyrocopter wäre aber ziemlich geil. Den haben wir leider nicht, wie es scheint, hups, oder? Ähm, wir müssen da hin, aber haben keine Autos. Da ist ein Auto. Auto, 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 schnell, Auto, schnell zum Auto. Das ist nur so ein Quad, so egal. Besser als nix. Halt mir den Träger, hups, kurz. Oh, ne, noch einen, okay. Hallo. Oh, der Feind, ich bin ja nicht der Feind. Wow. Hi. Haha, ich bin ja nicht der Feind. Na, passt jetzt zu Schlutt. Ich muss da oben, wenn... ...wie fährt der mich nicht. Ach du Scheiße, ich muss da irgendwie rum. Jetzt hab ich keine Gefahr, wenn es uns zurückzukommen. Soviel zu müssen, das ist eigentlich relativ geil. Na ja. Na, dann kann ich den Schatten stellen. Oh, ich weiß nicht, wie lange fahren wir, oder wo? Stauben zu mir da, ne Futsch So, während ich hier gerade die ganze Zeit am Zocken bin, dann fotte ich mir Kinder-Riegel Ich sollte echt mal Geld bekommen, jetzt kannst du das hier erwähnen Dann haben wir wieder einen Tiger oder einen Eagle-Port Wenn man es zu viel nennen will, jetzt will ich noch nicht Aber jetzt gehen wir ganz schnell drauf zu Weil das ist jetzt ein Stunt-Mapel Hoppala ja, ich mach nur eben wie ein Stunt Auf den Kopf Hängen wir uns vielleicht noch Ja, wir drehen uns sogar noch Ich bin echt der Pro hier Okay, schon, haben wir unsichbar in der Wand hängen geblieben Geht schon mit einem Haupt hier Oh, ich bin Lola gefahren Ups Sorry Okay So, Moment Also ich werde nochs Laufen jetzt einfach hier Ich habe auch wieder hier ein paar Gegner, die wir killen können Ich hoffe, wir verschwinden die Bienenlast Und jetzt Plakaten verpreisen können Aber Keine Gegner Wie es scheint zumindest Das wäre gut, wenn wir die Bienenäste jetzt ne kommen Können wir hier schaden, ne Mal schauen, da ist nix, okay Klettern wir die Leute hoch So Sonst wird uns quasi einfach viel Äh, was verschwinden Kommen wir schon Hier Wohh, was ist das? 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 Ja, hier bin ich doch Wohh, was ist das? Ich muss sie weiter aufhören Wohh, was ist das? Da muss ich schneller da hoch, ok Kann ich nicht hochspinnen? Da darf ich auch nicht hochspinnen, ne Okay, hier wird auch So, ich sitze tatsächlich wieder aufhören So, so, so Da wird auch mit uns und, oh, hab ich fast, fast runtergefahren ohne fast so, hier sollte vielleicht schon mal eine Kiste sein aber, ich muss heute auch das ist auf jeden Fall eine das ist auch gar nicht mehr ist denn hier, wo es so ein eigenes Stück ist ist denn hier da war ich gar nicht versteckt so, da war ich ganz schön so, da war ich ganz schön so, da war ich ganz schön da bin ich nicht rufen da bin ich nicht rufen okay, da hast du die Tower hier eigentlich relativ easy going da bin ich nicht rufen ich muss jetzt mal raus bumm das war nicht aber das hochkletterende Leiter hat nicht gehört jetzt so, so, so ich hätte noch mal das Ding kaputt So 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 ist das nicht esolut oisem jest Oh, heftig geil anscheinend. Hilfe, verzeihbar. Ach gut. Gut, damit haben wir alles. Na ja, wir müssen freigeschalten. So, damit sind wir wieder ein Bomben-Ding und so weiter hier. Wir haben auf jeden Fall schon mal nichts mehr mit Dingen irgendwie... Äh, ja, ups, mit, äh, Fashion Week. Ich bin schon manchmal, wann die Fashion Week kommt. Wir müssen wirklich erst ein Parkament killen. Äh, ja, 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 ich helfe dir auch so sehr. Ich helfe dir mal an den Wesen halt. So, cool, wenn jetzt hier wirklich schon ein Gyrocopter stehen würde. Ich glaube schon, wir müssen irgendwo ein Gyrocopter stehen. Ich hätte halt mal nichts zu ausschicken. Hier steht echt ne Mzahne. Ich will den hier wechseln mit dem Auto. Hey, stopp, warte, 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 warte. Stopp. Wow. So, ist Roster. Ja, ich rette euch. So, wir steigen. Ach, ne. Ja, kommt doch her. So, wir müssen da hin und fahren hier lang. Ach, Mensch. Mensch, warte, kann ich nur aufhören, wenn der mir fürs Auto läuft. Ach, schüsse die. Oh, so. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Das Land Kürat zu verlassen ist eine unverzeihliche Füße. Die Verteure werden erschossen. Wer die Verteuren Unterschlupf bietet, wird ebenfalls erschossen. In diesen Krisenzeiten ist es eng so wichtiger, treu hinter Parganin zu stehen. Alter, warum hab ich mich denn jetzt hier festgefahren? Das ist so heftig. So, kein Gelauf. Ich versuche jetzt wirklich schon den ganzen Erfolg jetzt alle auf Turm zu machen, irgendwie. Ich hoffe, das klappt. Oh, ich kann eigentlich schon was machen. Oh, er hat mich getroffen. Drecksack. Oh, das sind schlimme, schlimme Sachen. Ups, da bin ich schon. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Plündern Sie nicht die Leichen gefallener Royal Army Mitglieder. Ihre Waffen und Ausrüstung sind Eigentum von Parganin. Wenn Sie diese an sich nehmen, berauben Sie unseren großen Schürrern. Alle Einwillen, die Begründer, die wir mit den Erfüllten, die wir mit den Erfüllten, die wir mit den Erfüllten und in die Auferstraße. Müssen Sie wissen, dass wir hier irgendwo sind. Alle Einwillen, die wir mit den Erfüllten, die wir mit den Erfüllten, die wir mit den Erfüllten sind. Fall runter. Aber die Kiste ist auch hier. Nicht da oben. Wahrscheinlich ist hier noch eine Höhle oder so. Könnte durchaus sein, dass wir hier noch ein Plakat sind. So, genau. Also, es kann uns sein. Ok, ist wahrscheinlich oben drauf Gut Wie kommen wir denn hier rein? Achso, wir müssen von unten hier rein Na klar, jetzt muss man irgendwie eine Höhle finden Ernsthaft Vielleicht soll die Kiste hier noch zeigen Vielleicht soll ich sie hier irgendwie Dann können wir hier mal einen Haken Okay, nicht schon richtig zu sein Jutta Scheint mir richtig zu sein So 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 Ist aber nix Kein, aber doch Ist wieder nach Hause Das müsste eigentlich schon Ergebnis sein Aber ich bin glatt behaupten Das ist schon wieder ein komplizierterer Weg zu sein Schaut mal so raus, wenn wir nicht sehen Hier sind wir so verschiedentlich Hier sind wir schon mal eine Kiste Nehmen wir mit Können wir hier eben schon rum Ob wir mal ein Plakat dazu treffen können Es folgt eine Ankündigung des Militärium Für öffentlichkeitsarbeit und soziale Hauptliegen Kommt nur noch Küran braucht sich hier mehr als je zuvor Die Schreckensherrschung des goldenen Pfadels Hat bedingeggende Ausmaße angenommen Und muss beendet werden Und muss beendet werden Pargan means Pacific Ich fordere sie daher auf Auf sich bei der Royal Army verpflichten Und schieb das Böge zu kämpfen Und muss auch gar nicht Böge seht nicht wie alles an euch Kann ich nix machen Kann ich nix machen? Kann ich auch nix Kann ich nix machen? Es folgt eine Ankündigung des Militäriums Für öffentlichkeitsarbeit und soziale Hauptliegen Ganz riesig Das ist exaktische Gefreiber Pagazin möchte sie daran erinnern Dass er immer noch unangeforscht über Küran herrscht Kann ich nix machen? Was nix? Das ein Einfluss abnimmt Aber sie sollten in Zügen nicht nicht laufen Ja, ich kann nix machen Ja, ich kann nix machen Das geht nix Pagazin ist ad anima hochparat Und die Strafe Überrasse sind schlittig Böge Pagazin ist schlittig So Das sind ja klar Ja Oh nein Zu kompliziert gemacht So Ich lebe mit jeder Kiste Das ist cool Das ist der Team mit ganz einer Herausforderung So Kann ich mich hier oben hoch Kann ich mich nicht Hier kann ich noch Okay Okay Nicht Und dann müssen wir Das ist wahrscheinlich wieder einmal versteckt Für die Piste Entfällt eine Ankündigung des Ministeriums Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie Nehmt Das Land Küran zu verlassen Ist eine unverzeihliche Sünde Kann ich noch mal sagen So das war der vorletzte Glockenturm Woho Ich bin ein bisschen weh Das haben wir noch viel Leute Ach, ich bin das morgens im Westen Und ich habe seit zwei Tagen nicht geschlafen Nein, das wird geil Jut Haben wir das auch schon mal Dann werden wir das kostenlos im Schopf Wunderbar Wunderbar So Dann gehen wir uns Zu dem hier noch Und dann Ja Reisen wir weiter ein Dann haben wir es endlich geschafft Dann haben wir soweit alles freigeschalten Dann machen wir noch die Burg Äh Wie die nicht gehen wollten wurden erschossen Ach das ist die Troller Ja Ja Ich weiß Ich weiß Schnell verkaufen Ja Verkaufen Verkaufen Jawohl Die muss ich mir noch freigeschalten Oder kaufen Ja Freigeschalten So Bis auf die alle verfickbar Dann muss ich mir die L-Mission für machen Okay Die müsste ich mir kaufen Da habe ich mir keine Lust dazu So Und hier Brauchen wir noch ein Bombending Die Masten müssen wir noch sammeln Feste müssen wir noch machen Dann ein Glockenturm müssen wir noch machen Dann ein Discord müssen wir noch machen Dann ein Arena müssen wir noch machen Ja das gehört noch nie Die Arena zu machen Der Rest hat kein Zeug Also mehr Gutschi Gutschi Guu Ach Entschuldige So Herstellen Dann brauchen wir noch einen Wir können einfach mal auf die Karte schauen Vielleicht sind wir jetzt hier mehr Aber nö Es ist ja immer noch keine Fashion Week hier Irgendwas Und so zwei Krass Wir haben uns jetzt schon hier ordentlich durchgekämpft Ja Auf jeden Fall Jetzt gehts Was wir jetzt noch ein eingemochte Wir holen uns jetzt den letzten Turm Dann können Sie doch Dann können Sie doch Die Verstärkung Und die Mitte wieder Kann ich das hier mal rumstoßen Zack Naja das tut mich jetzt nicht Ich mach den Auslandbosten nicht Ich hab mich schon so oft verteilt Das tut mir jetzt echt die Erfahrung Wahrscheinlich nicht Ich weiß nicht wahrscheinlich die Falsch Das tut mich auch so Ich hab den Ball da Ich hab den Ball da Im Wegen Können wir das Falls wir die Schiedschen werden Sagen Oder nicht Oder nicht Klapp Es folgt eine Anwendigung des Militariums Für Öffentlichkeitsarbeit Entschuldigung Erhabenverein ein paar sammeln die schon da nicht mehr naja, dann wollten wir jetzt mal die Kirschen gehen naja, zack ein Bärenfell? so, da haben wir den auch geholt wieviel stehen die Opalen, die jetzt hier gefunden haben, wenn das ja kostet da haben wir noch eine Kiste das war immer eine Kiste, aber die interessiert mich jetzt nicht insofern wir nicht wieder über eine Kiste hier reinkommen müssen wenn ich mir das hier angucke, scheint es wirklich der Fall zu sein das ist ja nix, naja, oder? ich glaube da ist nichts, nein so, da habe ich drüber hier oh, hallo what the hell schön, was denn? was mischt denn hier an? hallo was ich klettern? warum greifen mich die Leute an? naja, das wollte ich nicht wow da hat er schwer, da hat er schwer verliebt voll, ich hab da was geholt what the fuck so, jetzt kann ein Loch getrunken was aber auch was denn weiß was machen wir uns jetzt eigentlich voll ich hab da was gebraucht voll abgestrafted ich sag jetzt mal die Kistenklocken wenn ich die wehrzeit Das wird dann überhaupt irgendwas. Hier ist nix. Hier ist noch hoch. Bleiben wir noch hier hoch. Jumpern haben wir. Alle royalen Küratis in dieser krisengeschütteten Zeit für Hausauf zu bleiben. Der goldene Pater stellt eine zartere Bedrohung dar. Und Reisen sollten auf das Bühne zu bringen. Oh oh. Huh. Oh nein, der fackt nicht mehr. Was war das denn? Klettern, klettern, klettern. Also eine dumme Frage. Kann ich mich da nicht einfach von einem anderen machen? Das ist auch dämlich, dass man nicht, dass man nicht gezwungen wird. Wenn man kann, dass man das Ding da durch die Klinik zu nutzen kann. Wollen man rein theoretisch auch dafür in der Reichheit sein. Das war das. Ich geh mit so einem Sack aus der Wichse. Das Land Küratis zu verlassen ist eine unverzeihliche Sünde. Von weitem bleibt. Diese Türe werden erschossen. Wenn die Türen unterschaffen sind, es wird ebenfalls erschossen. In diesen Krisenzeiten ist es umso wichtiger, der treu ist der Paternilie. Das ist so gut hin. Das ist so verzorgen. Paternilie. 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 Oh, ich finde der Turm nicht cool. Hier hatten wir nicht mal was zu tun. Vor allem wird man das immer eben so ein bisschen angekauft. Das finde ich relativ früh. Wir brauchen auch mal was Neues. Die ersten Türen waren immer wie gleich und jetzt geben sie sich doch kurz Zeit in die Mühe. Wir machen doch mal was. Was ist denn noch? Wo steht hier noch eine AG? Wo ist denn noch die Klinik? Ja, kein Geld oder so. Ja Leute, damit haben wir alle Glöpchen erledigt. Juhu. Keine Korrektoren mehr von Pagar am Ende. Keine Ausprost. Wir würden auch schon Pagar mit Pestung zu bricht. Dann haben wir alles kurz von den Gegnern erledigt. Bis auf halt hier seine, was wir mit Amazon einnehmen werden. Später. Wenn wir mal ja was dauert hätten. Ja, cool. Einzigartige Wachfrau. Äh, Kostenzufriedwerte. Und den hab ich ja jetzt schon. Neue Aktivitäten. Oder mal. Und. Geht der neben mir mal langsam weg. Weil der geht weg. Aber. Ja. Ich glaub, das ist immer noch keine Fashion Week da. Das gibt's doch nicht. Wieso kriegen wir keine Fashion Week mehr? Ich guck jetzt hier wirklich überall noch. Ne. Okay. Dann ist das jetzt wirklich. Dann ist das wirklich Paragamin hier nur noch. Jut. Dann würde ich auch jetzt sagen. Jups. Also mal eben schnell hier. Denn. Lade, lade, lade. Doch, ich möchte das dicke Mg, würde ich sagen. Warum was denn? Die, die nicht gehen wollten, wurden erschossen. Ich dachte schon gar nicht, ich hätte jetzt sagen. Besprochen. So eine Katastrophe gewesen. So. Nix. Da. Hier noch. Einzigartiges. Warum ist denn der Hammersteil? Kostet auch ein bisschen Watt. Kaufen. Jawohl. Und wir rüsten da für. Für die Elefantenmüchse das Ding aus. Es hat jetzt kein Zuhause mehr. Jut. Wir werden denke ich mal gut vorbereitet für die Paragamensfestung. Weil der Teil ist wirklich mega heftig. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschau.